Die werden es auf uns abgesehen haben. Ich meine, da kommt immer noch mal was zusammen. Das ist halt so das Problem, ne? Ich frag mich, wie viele Zweier wir noch brauchen. Ui, da kommt aber noch viel zusammen. Bei drei fängt's an, teuer zu werden. Das ist so das Ziel. Ah, hier ist es eigentlich so gut. Okay. Machen wir mal das da. Sogar bisschen mehr Gewicht. I try it. Zuck sie. Doch. Die Klinge muss halt nur ein bisschen lang sein. Ich würde zu gerne nochmal... Ja komm. Egal. Einfach nur... ...damit wir... ...nur ein bisschen was gelernt haben, würde ich das nochmal einschmelzen wollen. So. Und dann halt hier Dino rüber marschieren lassen. Ach, das ist halt immer so ein bisschen schwierig, weil eigentlich will ich nicht so lange im Schmieden bleiben, ne? Ihr kennt das Problem, ja? Dann hängt man hier ewig in dem Screen rum. Auf der anderen Seite ist es eigentlich ganz gut, wenn man das macht, weil dann bekommt man gut Geld und Erfahrung und so. Aber naja, komm. Mit wem haben wir Frieden? Mit den Sturgiern, okay. Das war genau der richtige Moment sogar mit den Frieden zu machen, wenn ich mich recht entsinne. Aber da kommen auch gute Sachen zusammen. Ui, wir haben kein Essen. Das ist nicht geil. Gut, da kommt gut Geld. Ja, das Schmieden macht schon extrem viel Sinn hier. So. Und... Zack. Ähm... Schmiede betreten. Sachen verkaufen. Ah, ne. Huch. Ah. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber wir haben gleich das nächste Level sogar. Sollte sogar... Ist nicht... Ist nicht passiert, ne? Das ärgert mich. Aber... Jetzt ist es da. Verdoppelt die Chance, Herstellungsteile zu lernen. Kannst du einfach einstellen. Nein. Wir machen das. Ähm... Boah. Jetzt tue ich mir aber echt schwer. Muss gucken, dass ich da so ein bisschen mich jetzt verbessere. Ja, jetzt wird sich nochmal einschmelzen. Richtig lohnen. Wenn ich ehrlich bin. Sorry. Das ist einfach so. Das ist jetzt einfach so ein Drang, ne? Man will am liebsten alles freischalten, was man hat. Okay. Die beiden verschärbeln wir jetzt. Jetzt ist auch gut. Boah. Jetzt haben wir wieder Sachen bekommen. Sehr schön. So. Dann kann ich natürlich gucken, dass wir ein bisschen Fisch noch mitnehmen. Nebst Getreide. Ein bisschen Fleisch gönne ich uns noch. Das ist doch ein Deal. Okay. Gut. Dann gehen wir nochmal gucken, dass wir hier und da nochmal vielleicht paar Punkte sammeln. Ah, Moment. Die botanischen Reiter würde ich gerne loswerden wollen. Den einen botanischen Reiter eher. Und hier einen sturgischen Rekruten holen. Und jetzt würde ich mich gerne mal umgucken. Vielleicht finden wir hier jemanden, den wir klappen können. Oder wir können mit Berikan zusammen eine Runde laufen. Ich habe keine Ahnung. Ah, der hat gerade Krieg gehabt. Er hat sich gerade gefetzt mit jemandem. Okay. Will er sich den holen? Ich weiß es nicht. Ich gehe auf jeden Fall hier mit erstmal. Der hat auf jeden Fall eine schöne Armee. Und da vorne ist Hekart. Und der ist voll am machen. Die haben nochmal ein bisschen Wumms. Ich bleib einfach hier. Genau. Die haben das schon mal gut eingenommen. Oh oh. Wir warten mal. Dü 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 dü. Nicht länger warten. Okay. Ui, jetzt wird es harschhaft. Und wir mischen uns ein. Und wir mischen uns ein. Helft Hackarts Armee. Ja, das könnten wir gewinnen. Ich hoffe. Nicht wie vorhin. Ach, wir haben 10 Bogenschützen. Gut. Das ist gut. Die standen da hinten. Ich werde meine Orches da vorne irgendwo platzieren. und meine Infanterie vorrücken lassen. Okay. Huch. Ja. So gewinnen wir gar nichts, würde ich sagen. Jetzt wird halt gewartet, ne? Ja. Oh je. Was denn mal kommen? Hoppala. Au. Ich werde nichts sagen. Hau drauf. Danke. Sehr schön. Oh oh. Leute, lauft. Shit. Die kommen. Shit. Die kommen. Die Reiter. Beeilt euch. Oh oh. Ich hole den mir. hier. Okay. Verschwindet irgendwo da drinnen. Ungefähr hier. Ist doch ein Deal. Öhm. Folgt mir einfach. Wir stellen uns aber hier hin und schießen die. Ah. Da war ein Treffer. Ui. Treffer. Da. Uh. Wer bist du denn, Alter? Du hast ja mega Bock. Jeder Film, der da weg stirbt. Leute, wir müssen da rein. Leute, wir müssen da rein. Los, 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 los. Alles gut. Alles gut. Gut. Okay, pass auf. Komm, 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 komm. Weiter nach hinten. Wir sind so nicht sicher, ne? Wir sind so nicht sicher, ne? Wir sind so nicht sicher, ne? Du bist doch. Nein, 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 nein Leute. Da kommen Reiter. Na dahinten, na hinten, na hinten, na hinten. Na hinten. Das Wichtige ist, dass wir da sind. Schaut euch die Szenerie an und schießt da runter. Und dafür müssen wir... Ganz schwierige Kiste. Wir haben sieben Leute umgenietet. Hey, immerhin. Komm, Kraft an. Okay. Okay, los, los, los. Archers! After Archers! Forward! Infantrie! Archers! Und wir fliegen. On my flank! Okay. Infantrie! Ja, hier knallt's, würde ich sagen. Okay, los geht's. Okay, let's go. Da kommen meine Bogenschützen. Alles schön ordentlich hier. Move! Move! Und zählt da hin. Und Infantrie zusammen. Okay. Das ist genau die Situation, die ich vorhin gerne haben wollte. Infantrie! Und jetzt greift ihr mit an. Das ist das Dumme. Die stehen natürlich da. Oh, ich hab einen 4-en Champion umgenietet. Oh, ich hab einen 4-en Champion umgenietet. Oh, ich hab einen 4-en Champion umgenietet. Los, 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 nach vorne. Ui, der ist aber abgesoffen, der Schuss. Ach, schade. Wir haben 21 Leute umgenietert. Und tatsächlich, die Rekruten haben gut gekämpft. Ist gut. Wir haben elf Verletzte. Fünf Tote. Das sind zum Glück nur größtenteils die Nahkämpfer. War nicht schlecht. Ja, das kann man, das kann nicht so stehen lassen. Hammer. So, hier hin. Krieger, oder was gibt es? Krieger sind, jo. Einfach die ganze Zeit links lang. Nice. Gefangene haben wir ein paar gemacht. So stelle ich mir das vor. Da. Da. Und da. Sehr nice. Uh, wir haben gute Schuhe bekommen, wie ich sehe. Sehr wertvolle Schuppenstiefel. Okay, die Rüstung ist ein bisschen besser. Oh ja. Das ist krass. Also, das hat sich gelohnt. Schon alleine deswegen. Hm. Haben wir irgend so ein... So eine... Ja, sowas hier. Nice. Nimm die Stiefel noch. Krass. Das hat sich gelohnt. Oh. Oh, das kann man verkaufen. Der wird geholt. Abgefahren, Alter. Abgefahren wie Bremsbeläge, sag ich da nur. Ich würde als allererstes sehr gerne verkaufen wollen. Ähm. Ich habe Führung bekommen. Ich erhalte fünf mehr für Turniersäge. Kinder zu bekommen. Ja. Wir müssen übrigens ein Kind bekommen langsam, ne? Ui, der ist aber schon jemand wild hier durchgelaufen. Heidenei. Gut, dann. Äh, nun. Habt gehört. Wir bekommen Kohlen. Wir bekommen nur 900 dafür. Hä? Nun. Wir sind reich. Mein Name ist Konstantino und ich bin reich. Ne, Valentino. Nicht Konstantino. Okay. Wir können uns ein schönes Schwert holen, würde ich sagen. Hm. Oder einen besseren Bogen. Ein Eibenbogen. Hm. Mit besseren Pfeilen. Hm. 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 Wir hätten hier noch gestapelte Botkin-Pfeile, aber die sind zu teuer, oder? Hm. Panzerbrechende Pfeile. Panzerbrechende Pfeile. Wenig Munition aber dafür. Chogizelle. Die haben auch drei, ne? Ja. Ja. Ich gönne mir erstmal die hier. Ja. Einfach, weil's geht. Ja. Ja. Sehr schön. Ähm. Mein gut. Sie kann sich über ein Schwert beklagen. Keine Frage. Kriegt so ein schmales Schwert. Passt schon. Ja. Machen wir mal einen Haken dran. 27.000. Junge. Wir sind nicht arm. Jetzt möchte ich gerne nur noch schmieden, ne? Apropos. Apropos schmieden. Ich brauch Nahkampftruppen. Mir sind da ein paar Jungs gestorben. An der Front. Oh, die. Die würde ich mir gerne snacken. Die hier. Wenn ich das schaffe, das wäre ja eine 6, äh, eine 6, eine 1 von 6. Ne. Ach, ihr wisst, was ich meine. So. Wir greifen sie an. Natürlich greifen wir sie an. Es ist dunkel wie sonst was. Aber es ist verdient. Inventory. Forward. Move. Move. Greift noch. Geht an. Ja, geht ein bisschen vor, würde ich eher sagen. Inventory. Form a steel wall. Macht ein schönes Schild, weil... Kuschelt mal ein bisschen. Inventory. Geht noch ein bisschen vor. Lasst sie kommen. Footman. Move. Ja, vielleicht ein bisschen weiter rüber. Move. Wolltest du meinen Botkin falsch spüren? Ui, der hat sich aber verabschiedet. Hör mal. Das war meine. Jo. Ui. 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 Ich werde nichts sagen, aber... Tod sind sie. Infantrie! Stop! Infantrie! Move! 士 müssen sie! Ich werde nichts sagen, nicht wird! Kommt raus! Ja. again.